Herzlich Willkommen zu dieser Meditation. Bevor es losgeht, mach es dir so richtig gemütlich. Such dir eine Position, wo es dir die nächsten Minuten richtig gut geht. Vielleicht schaust du dich nochmal im Raum um, ob alles für deine Meditation so vorbereitet ist, dass du dich wohlfühlen kannst, dich entspannen kannst und du ungestört bist für die nächsten Minuten. Nimm die Position ein, für die du dich entschieden hast. Wenn du magst, dann schließ deine Augen und konzentrier dich erst einmal für ein paar Atemzüge auf deinen Atem. Komm an in diesem Moment. Es ist schön, dass du dir diese Zeit genommen hast, um in dich zu hoachen und ein bisschen zu schauen, wie es dir innerlich geht. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und wieder aus. In dieser Meditation möchte ich ein bisschen über Bedürftigkeit sprechen. Wenn ich Bedürftigkeit nachschlage, dann steht dort, dass es so eine Art Armut, Elend oder Not bedeutet. Aber ich finde, dass Bedürftigsein etwas ganz normal Menschliches ist. Und ich habe das Gefühl, dass wir Bedürftigkeit oft als etwas Negatives sehen. Als etwas, das nicht sein darf. Als etwas, das man als erwachsener Mensch nicht mehr haben darf. Und ich habe das Gefühl, je größer dieser Schattenanteil ist, desto mehr spiegelt er sich in der Realität. Umso bedürftiger scheinbar sind wir. Und ich habe das Gefühl, dass diese Bedürftigkeit eigentlich angenommen, umarmt und angesehen werden möchte. Eigentlich möchte diese Bedürftigkeit, dass wir Ja sagen zu ihr. Dass wir sagen, du darfst da sein, auch wenn ich erwachsen bin. Auch wenn ich in einem Alter bin, wo man das scheinbar nicht mehr haben sollte. Und dazu möchte ich dich heute in dieser Meditation, wo es genau um dieses Thema geht, einladen. Ich möchte dich einladen, dass wir die Bedürftigkeit hereinbitten. Und dass wir ihr einmal zuhören und ihr den Raum geben, ihr zuzuhören, ihr unser Mitgefühl zu schenken, sie anzunehmen. Und dadurch kann sie endlich ruhig werden. Denn genau danach sehnt sie sich. Sie möchte einmal von dir umarmt werden. Wie eine liebevolle Mutter, ihr Kind. Einmal mit voller Annahme umarmt werden. Mit einem echten Ja zu ihr. Mit einer wirklichen Annahme aus dem Herzen aus dem Herzen heraus. Ein ehrliches, aufrichtiges Ja zu dem Anteil in dir, in mir und in uns, auch als Erwachsene. Nirgendwo steht, dass man in einem bestimmten Alter alles allein können muss, alles alleine schaffen muss. Nirgendwo steht, dass das Menschsein daraus besteht, dass wir irgendwann nichts mehr brauchen von jemand anderem. Es ist immer schön, wenn wir selbstständig sein können. Und manche von uns können das. Manche von uns werden immer ein Defizit haben, weil sie vielleicht körperlich eingeschränkt sind, weil sie vielleicht geistig irgendetwas nicht mitbekommen haben und Unterstützung benötigen. Und auch, wenn wir nach außen ganz gesund sind und ganz gesund wirken, ist es erlaubt, bedürftig zu sein und zu sagen, ja, ich brauche etwas. Ja, ich brauche dich. Ja, ich brauche gerade Hilfe. Ich brauche gerade Unterstützung. Ich bin gerade bedürftig. Nein, ich kann mich gerade nicht emotional alleine halten. Ja, ich bräuchte jetzt eine Umarmung von dir, auch, wenn ich sie mir selbst geben kann. Oder, ja, ich bin gerade in einem Lebensabschnitt, wo ich Unterstützung benötige, wo ich nicht alles auf allen Ebenen alleine schaffe. Und das ist menschlich, gesund und absolut normal. Ich habe das Gefühl, wir Erwachsenen haben ein Weltbild, wo wir plötzlich glauben, bei einem bestimmten Alter wäre es ganz normal, dass wir immer mehr schaffen können, immer mehr leisten können und sollten, ohne einmal erschöpft zu sein. In meinem Weltbild und Verständnis finde ich das alles nicht normal, was ich bei den Erwachsenen sehe. für mich wirkt es unnatürlich. Es mag sein, dass es unterschiedliche Energielevel gibt, auf der Basis, auf der wir aufwachsen, unterschiedliche Energielevel gibt und unterschiedliche natürliche Energiezustände, wo der eine das macht und der andere das. Der eine scheinbar mehr und der andere scheinbar weniger. All das ist aber auch nur scheinbar. All das ist nur etwas, was man nach außen hin sieht. Und ich habe das Gefühl, dass wir nicht in einem natürlichen Zustand sind, was unser Tun betrifft und was unser Sein betrifft. Ich möchte dich heute mal einladen, dir zu erlauben, dass du dein natürliches Level an Tun und Sein finden darfst, wenn du es dir erlaubst. Wenn du dir erlaubst, dass du deine ganz persönliche eigene gesunde Mitte finden darfst und dass diese Mitte niemand anderem passen muss, sondern nur dir und deinem Wohlbefinden und deinem Herzen und ich möchte dich einladen, dass du dir heute mal erlaubst, dich so für dich selbst zu öffnen, dass dein persönliches, natürliches Level an Energie zu dir finden darf und dass alles, was zu viel ist, zu anstrengend, zu belastend, zu viel gehen gehen darf, dass es sich abbauen darf oder da, wo du vielleicht mehr möchtest, es sich aufbauen darf auf eine ganz natürliche, gesunde Art und Weise, die von innen heraus zu dir findet, dass du deine ganz natürlichen Pausen finden darfst, deine Zeit, wo du sein darfst, wo du bist, wo du das Gefühl kennenlernen darfst, in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Tun und Sein zu leben, in einem gesunden menschlichen Leben steckst, das nichts mehr mit einem Kampf zu tun hat, mit deinem Trauma zu tun hat, das viele von uns in sich tragen, sondern ein Leben, das auf natürliche, wunderschöne, liebevolle, achtsame Art und Weise zu dir finden darf, indem du dich wohlfühlst, dein Herz strahlt, dein Körper eine gesunde Harmonie entwickelt und dein Geist ausgewogen ist, wo du dir wieder erlauben darfst, bedürftig zu sein und selbstständig zu sein, wo mit deiner Bedürftigkeit, die menschlich und ganz natürlich ist, auf eine liebevolle, achtsame Weise umgegangen wird. Das Problem an der Bedürftigkeit ist nicht die Bedürftigkeit, denn wir alle sind bedürftig, wenn wir auf diesem Planeten geboren werden und liebevolle Hände brauchen, die uns beschützen, liebevolle Körper, die uns das Gefühl von Schutz und Geborgenheit geben, von Nähe und Liebe und von Halt. Das ist ganz normal. Ich glaube, wir entwickeln nur deshalb eine Ablehnung gegen Bedürftigkeit, weil wir vielleicht genau das nicht bekommen haben. Wir haben vielleicht das Gefühl bekommen, dass wir zu anstrengend sind oder vielleicht waren Menschen um uns überfordert und konnten uns gar nicht das geben, was wir brauchten. Dann haben wir erfahren, dass niemand da ist, der uns das gibt, was wir so sehr brauchen. Und dann haben wir angefangen, uns alleine zu halten, sind vielleicht in eine Art Trauma starre gefallen, die vielleicht bis heute anhält, weil wir vielleicht damals den Körperkontakt, die Wärme, die Liebe, die Geborgenheit nicht empfangen haben, die wir eigentlich gebraucht hätten. oder wir sind in eine Umgebung gekommen, wo wir von Anfang an die Welt als stressig, laut und unnatürlich schnell wahrgenommen haben. Dann ist es ganz natürlich, dass wir als Erwachsener in einer Realität leben, die uns wieder dieses Gefühl spiegelt, dass die Welt stressig, hektisch, schnell ist und keine Zeit für unsere Bedürfnisse da ist. Unsere Realität ist meistens ein Abbild dessen, was ganz, ganz tief in uns sitzt. Wenn du dir deine Welt heute ansiehst, dann siehst du, welche Kernglaumsätze du in dir trägst. Wenn wir eine Ablehnung gegen die Bedürftigkeit entwickelt haben, weil wir irgendwann geglaubt haben, der einzige Grund, warum es mir so schlecht geht und warum ich nicht das empfangen kann, was ich so sehr brauche, ist meine Bedürftigkeit. Wenn wir die Bedürftigkeit als Problem sehen, dann muss die Bedürftigkeit weg. Denn wenn wir nicht mehr bedürftig sind, dann brauchen wir auch niemanden mehr, der uns verletzen kann, der uns nicht das gibt, was wir eigentlich bräuchten. Wir müssen vielleicht diesen Schmerz nicht mehr ertragen, den wir als Kinder ertragen mussten, oder als Baby, wenn keiner vielleicht gekommen ist, wenn wir jemanden gebraucht hätten, wenn wir geschrien haben und keiner uns ernst genommen hat, wenn wir vielleicht zu lange allein gelassen wurden, vielleicht aus Unwissenheit, aus falschen Gedanken heraus, oder vielleicht wirklich aus einer Lieblosigkeit oder Überforderung. All das können Gründe sein, dass wir irgendwann glauben, bedürftig sein ist etwas Schlechtes und ich darf auf keinen Fall mehr bedürftig sein. Ich muss das unbedingt schaffen, dass ich auf keiner Ebene mehr irgendjemanden brauche. Solche Glaubenssätze entwickelt ein kleines Kind oder ein inneres Kind. Vielleicht kann es diese Worte nicht aussprechen, aber vom Gefühl her trifft es eine Entscheidung. Es trifft vor allem die Entscheidung, dass es an ihm liegt, dass niemand kommt, dass niemand da ist und dass es das vielleicht gar nicht wert ist, das zu bekommen was es so sehr braucht. Grundbedürfnisse gestillt zu bekommen, wie Nähe, Wärme, Liebe, Geborgenheit, Zuversicht, das Gefühl von Kontakt, Verbindung, Verbundenheit. Und ich lade dich ein, dass all das in dir schmelzen darf. All diese Glaubenssätze, dass du es nicht verdient hast, dass du es nicht wert bist, dass du dich immer und überall alleine halten musst, weil niemand da ist, der dir hilft oder der dir gerne hilft oder der dir auf eine liebevolle, achtsame Art und Weise eine Stütze ist, der nicht grob ist oder unsensibel, sondern ganz achtsam sensibel und wohlwollend dir, deinem Körper, deinem Geist und deinem Herzen gegenüber. Und ich möchte dich einladen, dass du dir erlaubst, dass all das wieder schmelzen darf, dass die Mauern, die du um dein Herz und deinen Körper und deinen Geist gelegt hast, wieder schmelzen dürfen, dass du dir wieder erlaubst, auch bedürftig sein zu dürfen, dass du dir erlaubst, eine gesunde Mitte zwischen selbstständig und bedürftig haben zu dürfen und dass die richtigen Menschen in deinem Leben dich gerne liebevoll, achtsam dabei unterstützen, auf deinem Weg und nicht von dir verlangen, perfekt sein zu müssen, nicht von dir verlangen, alles allein schaffen zu müssen, nicht von dir fordern, alles alleine erreichen zu müssen, sondern dass es Menschen gibt, die dir helfen, auf eine Art und Weise, wo du dich wohlfühlst, wo du dich öffnen kannst, eine Hilfe und Unterstützung, die du wirklich annehmen kannst, egal wie verschlossen du gerade bist, wie unmöglich es sich anfühlt, Hilfe anzunehmen, wie schwierig es ist, überhaupt jemandem zu vertrauen. Es gibt Menschen, wo du dich wieder wohlfühlst, es gibt Menschen, die es ernst mit dir meinen, es gibt Menschen, die vielleicht in deinem Leben sein möchten, auf eine liebevolle, achtsame Art und Weise, bedingungslos, wo du nichts mehr beweisen musst, nichts mehr leisten musst, nichts mehr sein musst, was du nicht bist, wo Menschen mit dem umgehen können, was du kannst und was du nicht kannst, die dich nicht dafür verurteilen, sondern einfach für dich da sind, auf eine liebevolle Art und Weise, die Du hast es verdient, geliebt zu werden, so wie du bist. Du kannst nichts dafür, für deine Geschichte, für der, der du bist. Und ich wette, du bist ein wundervoller Mensch, ein Mensch, der sein Bestes gibt und trotzdem unvollkommen, vollkommen menschlich ist, so wie wir alle, der Höhen und Tiefen erlebt hat, manches sehr gut kann und manches eben nicht. Und es ist okay, Unterstützung und Hilfe zu brauchen. Es ist auch okay, vielleicht manches niemals zu können. Es ist auch okay, manche Dinge zu können, aber sie gar nicht können zu wollen. Es ist auch okay, Dinge nicht zu können und sie nicht lernen zu wollen. Vielleicht weil wir uns nicht hingezogen fühlen, weil es uns einfach nicht interessiert und es ist okay, dazu Nein zu sagen. Ich habe keine Lust zu sagen. Es ist bist okay. Wenn mit deiner Bedürftigkeit auf keine liebevolle Art und Weise umgegangen wurde, dann ist es nicht deine Schuld. Es war nicht deine Verantwortung für dich zu sorgen. Es war die Verantwortung von deinen Bezugspersonen, die dich ins Leben gebracht haben. Es war ihre Verantwortung für dich zu sorgen. Es war ihre Entscheidung dich zu behalten. Es war ihre Entscheidung dich in diese Welt zu setzen, nicht deine. Du kannst nichts dafür, wie mit dir umgegangen wurde. Und du hast vielleicht Dinge aushalten müssen, die viel zu schwer waren für ein kleines Baby oder ein kleines Kind, die viel zu anstrengend waren, die viel zu viel waren, wo du dich vielleicht viel zu viel halten musstest, wo du viel zu viel alleine tragen musstest, viel zu viel alleine aushalten. Und erlaube dir, dass das jetzt alles in ein gesundes Gleichgewicht finden darf. du hast es verdient gehalten und getragen zu werden, auch als Erwachsener. Du hast es verdient, dass seine Liebe in dir ist und um dich herum die dich trägt. Du hast es verdient aufgefangen zu werden. Du hast es verdient, dass jemand da ist, der dich unterstützt. Du hast Halt verdient, Geborgenheit, Liebe, Wärme, Nähe, Körperkontakt und alles, was du dir wünschst und ersehnst. Du hast es verdient, ein Mensch zu sein, der Bedürfnisse hat. Und wenn du möchtest, dann darfst du dir das ab heute wieder erlauben und immer wieder im Alltag üben und dir sagen, ich habe es verdient, Bedürfnisse zu haben. Ich habe es verdient, selbstständig sein zu dürfen. Ich habe es verdient, bedürftig sein zu dürfen, auch als Erwachsener. Es gibt keine Regel, dass man das als Erwachsener nicht mehr darf. Und es gibt keine Regel, die besagt, dass sein Kind die Verantwortung dafür trägt, sich selbst zu halten. Und du hättest es verdient gehabt, getragen und gehalten zu werden, so wie ein Wesen der Liebe es verdient hat. Und du darfst dir heute erlauben, dass das, was du dir so sehr gewünschen hättest und gebraucht hättest, heute in dein Leben kommen darf. Und du es nachträglich erfahren darfst, wie es sich anfühlt, gehalten, getragen und aufgefangen zu werden von der Liebe, ganz viel Liebe, Wärme und Geborgenheit, ganz viel wohlwollende Nähe, Sanftmütigkeit mit einem offenen Herzen empfangen zu werden. Und wenn du magst, dann nimm nochmal ein paar ganz tiefe Atemzüge. Lass alle Gefühle so weit du kannst da sein, so wie sie da sein möchten. Atme tief ein und wieder aus. Komm langsam wieder in deinem Körper an, lande wieder darin fang an, deinen Raum um dich herum wieder wahrzunehmen. Wenn du schon soweit bist, dann kannst du schon die Augen öffnen und langsam wieder schauen, wo du dich befindest, wo du gerade bist, die Unterlage unter dir wieder wahrnehmen, wieder zurückkommen in diesen Raum, wo du bist, wo du meditiert hast. Und dann komm wieder an in diesem Moment. Du kannst dir gerne noch aufschreiben, was du in dieser Meditation für dich erkannt hast, gefühlt hast oder was du für deinen Alltag mitnehmen möchtest. Vielleicht einen kleinen Reminder, eine kleine Notiz, was du dir irgendwo aufhängen möchtest, damit du dich immer wieder daran erinnerst, dass du es verdient hast, bedürftig zu sein, Bedürfnisse zu haben, dass es okay ist, bedürftig zu sein, dass du auch selbstständig sein darfst und dass du eine gesunde Mischung zwischen all dem finden darfst, was du eben brauchst und wer du bist und dass du dein ganz eigenes Leben finden darfst, wo du dich wohlfühlst, mit der Unterstützung und der Liebe, die du dir wirklich wünschst. Ich danke dir sehr, dass du bei dieser wundervollen Meditation dabei warst. Ich hoffe, du nimmst dir noch ein bisschen Zeit für dich, verarbeitest alles ganz in Ruhe. Vielleicht hast du ja noch ein bisschen Zeit, die Meditation nachwirken zu lassen, damit du wieder ganz in deinem Alltag ankommen kannst und ein bisschen Zeit hast, das Ganze zu verarbeiten und für dich zu reflektieren. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Video wieder. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.